Hallo, ich bin die Sonja. Schön, dass wir uns auch mal sehen. Ich sitze mit meinen KollegInnen bei der Salzburger G im Kundenservice. Zwischen den 2000 AnruferInnen, mit denen wir jeden Tag telefonieren, wollte ich mir kurz die Zeit nehmen und was sagen, was mir wichtig ist. Wenn bei uns das Telefon läutet, dann ist da jemand dran, der uns braucht, der nicht weiter weiß, der will, dass man ihm zuhört. Und genau das machen wir. Das dauert vielleicht manchmal ein bisschen und wer anderer kommt dann nicht gleich durch, aber die Leute haben verdient, dass man ihnen zuhört. Dass man mit ihnen redet wie mit einem Menschen, nicht mit einer Nummer. Und dass man Verständnis zeigt für ihre Situation und versucht, ihnen zu helfen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Ob das jetzt Stundungen sind oder Ratenpläne, wenn es mit dem Geld knapp wird oder was ganz was anderes. Weil daran arbeiten, dass es besser wird, kann man nur, wenn man zuhört und versteht. Das trifft auf die aktuellen Herausforderungen genauso zu, wie auf alle zukünftigen. dass man mit einem Freund schlapp, wenn es das nicht so ist, wie auf alle zukünftigen, wie auf alle zukünftigen. Wir wissen, wenn es nicht so ist, wie auf alle zukünftigen, Unsere Zeitung ist, wie auf alle zukünftigen.